Die kürzlichen Äußerungen von Graf Nikolai von Dänemark, in denen er Meghan Markle und Prinz Harry dafür kritisiert, den Ruf von Prinz William zu beschädigen, unterstreichen eine bedeutende Divergenz in der Art und Weise, wie verschiedene Personen ihre königlichen Titel und familiären Bindungen handhaben. Im Gegensatz zu Meghan und Harry, deren öffentliche Kritik an der königlichen Familie und kontroverse Handlungen häufig Schlagzeilen gemacht haben, hat Graf Nikolai reife und familiäre Loyalität gezeigt. Während eines kürzlichen Interviews mit dem Wish Magazine erläuterte der 24-jährige Graf Nikolai, der seine akademischen Bestrebungen an der University of Technology Sydney in Australien verfolgt, seine zukünftigen Vorhaben. Er äußerte sich erfreut über die Aussicht, seinen eigenen Weg zu gehen, und betonte, wie glücklich er sich schätzt, persönliche Autonomie in Entscheidungsfindung ausheben zu können. Dieser optimistische Ausblick und der Entschluss, einen eigenen Weg zu gehen, stehen im starken Kontrast zu Meghans und Harrys scheinbar endlosem Streben nach Aufmerksamkeit. Die Entscheidung von Königin Marglete, die Prinzen und Prinzessinnen-Titel von Prinz Joachims vier Kindern, einschließlich Graf Nikolai, im letzten Jahr zu widerrufen, führte zu Unstimmigkeiten innerhalb der dänischen Königsfamilie. Ungeachtet der Aufgabe seines königlichen Titels hegt Graf Nikolai uneingeschränkte Zuneigung und Unterstützung für seine Familie und hegt keinen Gräu gegenüber seiner Großmutter. Beispielhaft ist seine Fähigkeit, fest in der Familie verankert zu bleiben und sich gleichzeitig an Veränderungen im königlichen Status anzupassen. Im Gegensatz dazu sind Meghan und Harry aufgrund ihrer Herangehensweise an ehrenvolle Positionen erheblicher Kritik ausgesetzt. Ihnen wird Faulheit bei der Erfüllung königlicher Pflichten und öffentliches Verteidigen ihrer Familienmitglieder vorgeworfen, obwohl sie prestigeträchtige Titel innehaben. Ihre Beziehung ist aufgrund von Prinz Harrys offensichtlicher Eifersucht gegenüber seinem älteren Bruder, Prinz William, belastet, was zu einem wiederkehrenden Thema geworden ist. Harrys Loyalität zur königlichen Familie wird von zahlreichen Personen in Frage gestellt, insbesondere vor dem Hintergrund, dass er und Meghan die Monarchie, die ihnen ihre Titel verliehen hat, offen kritisieren. Harrys Antwort auf die Frage, warum er seine Titel nicht abdankt und aus der königlichen Familie ausscheidet, steht im Widerspruch zu seiner und Meghans üblichen Haltung, die Monarchie zu kritisieren. Die Handlungen von Graf Nikolai betonen die Bedeutung familiärer Loyalität und Ehrfurcht vor der königlichen Abstammung, Eigenschaften, die Meghan und Harry in ihrem Streben nach individuellem Ruhm und finanziellen Erfolg zu vernachlässigen scheinen. Graf Nikolais Fähigkeit, seine Familie zu unterstützen und sich dabei in seine neue Position einzufügen, steht im Gegensatz zu den fortwährenden Kontroversen von Meghan und Harry. Die tiefen Risse, die durch ihre Taten entstanden sind, könnten ihre Bemühungen um Versöhnung mit der königlichen Familie behindern und einige Personen mit intimen Kenntnissen zu dem Schluss kommen lassen, dass ihre Verbindung zur königlichen Familie möglicherweise dauerhaft angespannt bleibt. Die Art und Weise, wie Graf Nikolai sich verhalten hat, zeigt, wie man Veränderungen im königlichen Status anmutig und würdevoll bewältigen kann, Eigenschaften, die Meghan und Harry anscheinend in ihrem Streben nach persönlichem Erfolg ignoriert haben.